Die zwölfte Auflage des Schwimmfestes der Westerstädter Grundschulen war wieder ein Erfolg. Rund 100 Dritt- und Viertklässler traten dabei in den verschiedensten Wettkämpfen gegeneinander an. Es galt unter anderem nach Ringen zu tauchen, Staffeln zu schwimmen oder möglichst oft zu rutschen. Am Ende sicherten sich die Kinder der Brakenhoff-Schule den Gesamtsieg. Die Organisatoren zeigten sich zufrieden, mit wie viel Spaß und Begeisterung die Kinder die Aufgabe lösten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017